ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu subsistence mit den kabinen der jetzt bloß noch warten muss bis die nacht um ist dürfte bald sein die dudes haben sich jetzt umgestellt die sind mich jetzt da und ich werde belagert da ist eine 2 und irgendwo war auch nur 3 keine ahnung was das war also werden wir hier rum gehen und dann würde man sagen den wasserweg will er zurücknehmen sollte ich das ausmachen ich glaube ja aber wenn ich zurückkomme ist das eh futsch eigentlich egal das ist total egal hey hey es ist doch schon wieder hell jetzt mal wieder warm ich mag es warm nicht kalt kaltes kacke nee ist es nicht eigentlich so na gut ich würde mal sagen da war nase nicht das würde ich sagen ich habe eine mischung er durfte bloß nicht bei den lutzern rennen die da unten sind das wäre ein bisschen doof rektal das hat er doch ja nicht mittig weiter der erst die tippt aus meinen augenwinkel ich habe mir schon eingebildet als nasen also groß werden deswegen gerade so ach du scheiße schon wieder zu hoch das war genau rektal das war genau rektal das war genau rektal ihr sagt das war keine kiste aber ich schieße den jetzt in seine kiste so und lass mich raten da ist ein bär das würde passen oder ein wolf und jetzt ist natürlich der rübe das war ein bisschen dumm da ist er voll in die rübe finde den weg ja ich habe ihn gefunden in seinen kopf so na gut die kiste hat nicht funktioniert aber hierbei haben wir jetzt schon 4 wischiwaschi das ist ein ballermann ich glaube nicht dass wir hier eine spezielle kiste bekommen naja wie gesagt wenn es soweit ist dann ist es soweit ups wenn es soweit ist dann ist es soweit ich habe zwei schlüsse mit bei jetzt wie die triche also alles ja kein Problem sorgt mal wenn sie da ist nur will sie mit wenn nicht dann nicht so einfach da ist diesmal niemand na wie gesagt der dumme ist ich wissen jetzt äh nicht ob das die jetzt sind wo ich die eben weggenommen habe dass sie ein stück weiter nach oben gezogen sind oder ob das da schon andere sind wo sind jetzt die anderen hin ach fragen über fragen ich sage euch naja Hasen haben wir ein bisschen was Kupa haben wir ein bisschen was äh hier ach naja passt schon aber ja wie gesagt dafür können wir uns äh sobald ich Asche habe mal will er Passe herstellen ja auch mal was weil das ist auch äh zurzeit Mangelware ups war nicht gut Wulfi ich bin bloß hier auf der Durchreise ich will bloß mal gucken ob hier was hier so los ist was hier steppt der Bär und so wisst ihr so äh ne nach den Rechten schauen äh eigentlich ist ein dummer also wieso heißt denn das eigentlich so Nasenelch groß Entfernung äh angepeilt äh um Schiffen ganz schnell weil sonst äh Maß nehmen also nicht ich ihm sondern eher mich naja was soll auch anders sein hey ich hab ne Kiste gefunden ne doch nicht das Eisen hey ja ja ist doch gut ich hab jetzt ganz andere Probleme Wolf ist doch gut ich hab ganz andere Probleme lass mich in Ruhe hier ich hab nen Bären am Arsch und vielleicht ne ey so was willst du hä hä bitte bitte hä ich hab den Bären ja nie gesehen hm also also entweder war der Bären ziemlich klein oder ich müsste wirklich mal zum Optiker hier na gut ich war bestimmt abgelenkt ein wenig oh Eisen hier ist ein Stein es ist nur ein Stein es ist nur ein Stein Wof enther aha wird denn hier das ist keine Ahnung irgendwann hab ich ne ganz Traufe im Arsch denn renne ich da in den äh Camperin von denen und schleppe meine ganze Armee mit dann sind sie zu sehen wie sie mit Klaviern äh komm so äh das ist der zweite See da hab ich ja auch äh eine Plattform schon hingezimmert genau da für Aktion Wolf hm da wird mir grad eingebildet ich hab schon gleich gedacht ich hab das schon mal gehört aber ganz genau wie sie geht erst wenn was schießt wo was schießt da ist Eisen Schrott yeah so wo ist denn äh da ist unser Punkt da muss ich hin da ist dieser da da schon leider ich hab ne Küste gesehen hey Bär na bist du ja ein schön getan ich hätte dich ja nie gesehen Junge ja komm ich mach mal die Uhr auf also so klemmig ist der nicht so kann ich hier zur Not hoch runter springen runter springen ist keine Option hab ich grade festgestellt okay ich geh hoch und außen rum denn sieg zwar nicht den Bären falls er zu Nacken drüben falls er zu Nacken trübe oh aber na gut ich hab mir letztes Mal ziemlich gut durchsetzen können aber das war das 1 irgendwie ich hab's ich hab's ja ich hab's noch ein Bär Das ist aber Villa-typisch. Wenn du mal eine Kiste suchst, eine spezielle, dann findest du Villa nicht. Sonst kannst du ja nicht laufen, ohne da rüber zu stolpern. Ups, schon Villa gestolpert. Ups, schon Villa gestolpert. Da ist ja noch eine. Oh, oh, oh. Und jetzt, wenn du mal eine brauchst und die Villa mit bei hast, findest du Villa keine. Das ist ja schon Villa-typisch. Oh ja. Oh, ist das nun mal mit hier nicht. Aber brennt's, aber brennt's nicht. Eisen. Eisen. Und grünet. Haltet mir. Also ich hab immer gedacht, so Weg und so, ne. Wär jetzt die erste Wall der Qualen. Wo sind die jetzt hin? Ich bin doch schon Villa da in der Richtung. Oh, die Bahnen. Was soll hier gewesen sein? Da können sie nie sein, weil da ist ja ein Bär. Ach, mir ist nicht so schwer. Ich werde dich finden. Was, 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 wann? Hey, das ist ja gar nicht spawnd, oder? Oder was? Ach, nee, Leute. Ich glaube, wir werden heute keine Küste finden. Ach, das ist schon wieder nicht. Das ist ja schon wieder ein Traum, ey. Wie gesagt. Das hältst du ja nie aus. Hey, du Sau. Wollst du nicht die, äh, äh, meinen Weg? Hey, 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 hey. Ganz friedlich bleiben, Junge, ja? Ich bin friedlich, du bist friedlich, wir sind alle friedlich. Das hältst du gut. Siehste, ich will hier bloß mal kurz hier, dass er hier wegbrochen. Mit den Zing kannst du eh nicht anfangen. Den Zing. Und das eben. Ein Sonnenstrahl. I get my sunshine. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Hey, da ist ja noch ein Bier. Aber der ist noch zu weit weg. Oh, kleiner. Ja, so clean ein bisschen nicht, aber... Da wäre ich doch beinahe auf den Bären gestoßen. Und ein Nasen, ey. Ich kriege eine Krise. Ich kann mich nur an Anfang erinnern, da waren sie selten. Ist nicht mehr so selten. Hey, Wolf. Steht mir aber echt die Frage. Die sind zwar jetzt aggressiv, aber ist das erst aggressiv, wenn du dir zu nahe kommst? Wenn du dir quasi auf den Pöller rücken tust? Oder... Das übliche, wenn du sie angreifen tust. Okay, auf den Weg wird nicht. Wo sind wir jetzt hin? Erst mal ein Elch... Oh, da ist ein Bär. Ein Elch aus den Augen verloren. Und das bei der Größe. Das muss man auch erst mal können. Mal so ein Elch aus den Augen weg. So, flupp. Na, Hühnchen? Na, hätte ich mitnehmen können. Hätte, hätte. Fahrradkette. Ey, das kann doch nicht sein. Hier sind schon wieder 20 Trillionen Kilometer gelaufen. Und nichts. Keine Kiste. Aber Bären. Da fängt er sich schon wieder an zu beschweren über diese alte Kackbären. Na gut, wenigstens kriegen wir ein bisschen Eisen. Ich könnte ja auch wieder ein paar Taubflaschen herstellen. Das haben wir ja auch keine mehr. Das könnte durchaus gut sein. Dann noch mehr Eisen. Hey, Wolfi. Ich nimm mir bloß das Eisen. Alles gut. Aber kein Stress hier. Ich stresse nicht. Du stresse nicht. Wir spielen alle nicht im Stress-Team. Wir sind alle hier schillt. Immer schön cool bleiben. Und jetzt soll vielleicht noch eben mal Baumwolle. Obwohl, meine Baumwolle dürfte fertig sein, wa? Vielleicht, eventuell. Das wäre ja auch schön. Kommst du nach Hause an, ist wenigstens das hochfertig. Dann kannst du nämlich schon wieder andere Sachen bauen. Wäre schon schnuckelig. Dann könnte ich mir nämlich meine Weste bauen. Hallo, Teddy. Und das, was denn übrig bleibt, vielleicht reicht es dir noch, für meine Jacke zu reparieren. Das ist ja keine Jacke mehr. Das ist bloß noch ein Stück Fetzen. Stofffetzen. Wenig an Leibe trage. Hey, Hase. Na gut. War will er eine Nullnummer. Keine Kisten. Also Kisten schon, aber nicht die, die wir haben wollen. Na ja. Damit müssen wir jetzt leben mit der Enttäuschung. Aber das kriegen wir schon hin. Ist bloß eine Frage der Zeit. Und wir haben ja Zeit. Ach ja. So. Muss aber sagen, auf dem Weg zurück haben wir auch so gut wie ja keine anderen Kisten, die Kunde. Zwar Eisen, aber Kisten. Sie sind gerade aus. Jetzt kommen wir an, als verschimmelt, verjammelt und kaputt. So. So. Na dann Zweifel. Gib mal die Barrieren. Oh nee, das hat halt ja gereicht. Alles cool. Halt eingeschmolzen. Ist ja ein Traum, das das da. Geht gleich weiter. Aha. Das ist aber zu wenig Eisen. Ich brauche nämlich... Ich hab ja alles schon aufgebaut, ja. Ui, 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 ui. Na gut. Dann reicht ja doch nicht. Wollt ihr nämlich, wie ihr sah, hier schon weitermachen? Hier müsste ja dann quasi eine Tür rin. Ich will mehrere Türen, ich will hier eine Tür rin haben und hier soll auch eine Tür, dass ich hier auch raus kann. Halt's mal weiter zu. Hab nämlich keine Lust hier rumzurennen, falls hier irgendein Paket ist und dann zack, boom's. Ne? So. Und wenn ich nämlich das bauen will, dann brauche ich nämlich auch einen Eisenbarren und den muss ich mir erst herstellen. Und Glas. Das war's. Hey, fertig. Oh, fertig, super. Juhu. Das muss ja richtig ertragreich sein hier. Das sind ja acht Pflanzen. So, jetzt überrascht mich. 24. Ja, leckst mich doch am Popis. Aber kein Saatgut. Das ist schade. Wie gesagt. So, jetzt. Äh, nee, ich muss ja hier kicken. Jetzt, du, so. Haha. Hab ich? So, jetzt sind jahrelange sammeln. Hat es jetzt ein Ende? Äh, so. Fünf, äh, wie jetzt? Ich hab doch. Nee, ich hab die Tare nicht schmissen. Haha. Ich scherzgeks. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich krieg das fertig. Und ich kann... Ich hab das repariert. Krieg das auch noch. Ich hab alles repariert. Na gut, ich bin aber jetzt auch ausgeräubert. Aber das war mir wert. Das war mir wert. So, und jetzt hier noch. Äh, du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Äh, wo hab ich jetzt so... Das hat er doch euer Reiher. Achso, die hab ich ja schon wieder reingepackt. Die hab ich ja schon einsortiert. Na. So. So, hier passt er. Jetzt kostet es Hasda. Oh, warte, warte, ich muss zurück. Sonst hab ich keinen Platz. So, was krieg denn? Eins, zwei. Zwei Stück. Das sind denn... Szenen. Waren das jetzt fünf? Oder waren das drei? Ich weiß, dass es mehr war. Viel mehr. Und das kann darin... Ich hab ja kein Zündnis mehr. Ich muss mir Zündnis herstellen. So, äh... Die Platten. Hab ich. Jetzt, äh, stelle ich mir die Tau her. Richtet eigentlich? Also... Äh... Drei Stück brauche ich. Eins. Zwei. Ich kann bloß weh herstellen. Ja, Alex, mich am Pupis. Na gut, dann muss ich nochmal hochjagen. Hilft dir alles nischt. Verdammt nochmal! Ich hab gedacht, ich schaffte das. Naja, wir schaffen es ja, aber... Das ist ja... Ich hab' die Pupis. Ich hab' die Pupis. Ich hab' die Pupis. Oh, ich mich brauchen... Ich hab' die Pupis hier. Na, dann machst du erst mal nischt. Na gut. Äh... Das ist ja... Wiss's was? Ich werd' jetzt erstmal mit euch angeln. Ganz entspannt zum Schluss mal angeln. Ich hab gedacht, das haut genau hin. Ja, okay, ich kann das nicht reparieren sollen. Was brauch ich denn hier zum reparieren? Oh, alter Helm. Immer Schnur, Baumwolle an Eisen, mach ich auch noch schnell fertig, wenn wir hier schon so weit sind. Schnur, Baumwolle, mach ich da noch. Ich hatte noch Baumwolle, ja. Ja. Eckstück. So, dann repariert immer schnell. So, ich bin jetzt der Villa komplett repariert. Und ich hab so ja noch Stoff übrig. Was sagst du nun? Äh, Baumwolle mein Ding. Eisen weniger, aber es war mir wichtig. Das war mir wichtig. Dann musste ich noch mal hier ein bisschen rumbullern. und das wär ja nicht so schwierig. So. Alter, 1800. Muss aber durchgerattert sein. Junge, Junge, Junge. Was brauch ich eigentlich hier für den Motor? Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Moment mal, Masse hoch. Oh. Oh. Ich muss noch eh mal Masse. Und eh mal Strom hochstellen, äh, um den überhaupt bauen zu können. Ach, kriegen wir auch fertig. Warte mal. Bretter hab ich. Was war das andere? Ups, muss mir noch zwei Bretter herstellen. Ja, zum Glück hab ich alles noch da. Es ist, äh, natürlich ist das alles so geplant gewesen. Oh. Ähm. Ditte. Ah, und Komponente. So, was brauch ich hier für? Auch nochmal genau dieselbe Sprache. Na gut, das krieg ich auch hin, äh, Leiterplatten. Dann brauch ich nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, dann machen wir das so schnell fertig. Ich hab ja hier noch Strom. Aber nicht Masse. Ja, 75 Masse, das krieg ich auch zusammen. Das ist halt ja kein Problem, Mensch. Leute, warte mal kurz. Ich seite aber auch. Ein wenig. Das kostet ja alles da Strom. Nein, kein Problem. Das ist halt. Alles in der Mache. Wird bloß oben ein bisschen eng, würde ich sagen. Könnte da oben ein wenig eng sein, äh, werden. Aber. Und sie fix. Ach. Äh. Ich kann das aber immer so ein bisschen rin bauen. So. Seht ihr? Ich weiß nicht, wenn das Spiel zulassen tut. Dann mach ich das auch. Komm hier nicht raus. So. Also Masse haben wir. Äh, ne. Strom haben wir. Masse fehlt. Dürfte aber auch nicht lange dauern. Dann haben wir das auch fertig. Dann mach ich mal, mach ich das aus. Jetzt wäre kontraproduktiv. So, was brauche ich? 75, ne? Ich schmeiße das drin und dann ist es gut. Oh. So gut ist es doch nicht. Da fehlt ja doch ein bisschen mehr. Ich brauche 75. Alles kein Problem. Wir haben ja noch hier ein bisschen Holz. Ja, das krieg ich auch zusammen. So viel. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann morgen nochmal hoch in die Bühne jagen. Schade. Ich hab gedacht, ich schaffe heute die Rüstung. Also, ich würde die schaffen. Also. Baumwolle. Ach komm. Wie hier hoch. Dann brauche ich das nicht hier verholzen. Da hab ich hoch mit bei. Mach ich wohl schnell noch ein Zündli. So. Schön sind wir jetzt hier. Um den Fahrstuhl vorbereiten. Immer eins nach dem anderen. Nicht wahr? Mal sagen, die Rüstung ist wichtiger. Hey, er hat's mitgekriegt. Nimm ich. Nimm ich. Na gut. Dann nehmen wir mal da hoch. Haschbombe. Die Munition hab ich gleich noch mit bei. Mal was essen sollen. Trink mit. Ups. Äh, was war zu sein, bitte. Hä? Achso. Ich war ja immer noch mit meinem Finger auf der Schnelltaste. Ich rufe der. Äh. Ehe halt. Mensch. Schifft. Kasse. Glaube ich. Also, dass ich drauf war. Ja, ich war auf der Schifftaste. Hä, Cabi? Willst du mir was drückst oder was? Ich war mir grad nicht so sicher. War mir grad da nicht so sicher. So, jetzt brauch ich noch ein bisschen Holz. Weil ich geh mal davon aus, dass Feuer oben kaputt ist. Wenn wir da hochkommen. Und das ist dusch da. Und wer will denn so was? Hä? Achso, mir fehlt eben mal so ein Stick. Aber ich sollte dann auch ein bisschen Fersen nähen, die ihm haben. Weil wenn es dunkel ist, da den Stand zu finden, das ist ganz schön schwerig beängstigend. vor allen Dingen, wenn da noch eine Miezekatze rumschwirrt. Ey Wolf, du willst jetzt nicht dahin. Ich hab nämlich jetzt keine Zeit. Ich bin grad ein bisschen in Zeitdruck. Licht geht da oben gleich aus. Und ich bin hier nur unterwegs und muss jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Ne, Cabipo WC, ne? Erzähl. Hab ich doch jetzt nach zum Stand. Was jetzt ein Problem sein könnte, ich hab nämlich genau sauer. Weil ich hab ja noch mehr, hab ich hier ein bisschen, ne, ich hab auch noch grüne da. Ich habe nix grünes. Aber jetzt, äh. Ich hab da ein bisschen wat. Ne, ist alle Jude, Wolfie. Alle Jude, zu dir will ich gerne. Hab ich ne Himmel bei? Natürlich nicht. Also reparieren ist nie. Also muss ich mir die Treppe und das Ding teilen. Einteilen. So. Wat kaputt angeht. So, haben's ja fast geschafft. Oh, hier unten ist auch keine mietige Katze. Das ist schon mal gut. Und da wollten wir hin. Aber die, ich glaube, ich hatte das letzte Mal repariert. Ich hab dich gehört. Wo bist du denn? Das hört sich ziemlich nah an. Ach, du Scheiße, Level 3. Was ist das zum Abschluss von der mietige Katze? Wäre da was schönes. Ich seh nix. Ich schieße hier im Blau. Jetzt hab ich sie. Zum Feierabend noch ne 3er mietige Katze. Es löft. Wat willst du mehr? Ich hoffe, ihr seht das. Ich seh mich ja nix. So, da unten ist noch ein Feuer. Ich werd das mal gleich im Schlag nehmen. So, ditteren. Feuer. Entzünden. Und wohlfühlen. Hätte er besser, kann doch ja nicht laufen. Kommst du an und dann zack, bummst. Das war eine Hütte, die das hier nicht umentschieden hat. Na gut, Leute. Ich hoffe, das hat euch hier verhängt. Ich hoffe, wir sehen uns morgen, Willa. Wenn die lebendig. Also, hoffe ich. Weil, wie gesagt, ich kann das nicht reparieren. Ich hab keine Nähe mit Bejanus. Aber das ist nie so schlimm. Ich freu mich grad ein bisschen. Gut, ich werd ein bisschen Holz sammeln nehmen. Also, bis morgen. Tschüss.